was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft lp ja jetzt programm ein bisschen entschaltet und bisschen lab ist gefahren und ja da machen wir heute weiter ja so ja also lab ist nicht mehr aber noch was entscheiden und wir gucken jetzt einfach mal was wir entscheiden wollen ja und zwar wir kommen jetzt mal so also spitzhack silkshack naja okay wäre schön wenn aber wir sind unbedingt wichtig schwer hat auch nur an breaking irgendwie ist nicht ja das kann man nun schaden rüstung könnte man mal versuchen was sagst du der helm breaking seien die alle an breaking gerade nur die spitzhack silkshack oder die dornen naja fire protection fire protection okay da ist auf jeden fall nisch bei was unseren erwartungen entspricht das kann man noch ein schaden schwert bogen haben wir schon das haben wir keine ahnung können wir schauen das ist jetzt auch nicht so dass gelbe vom ei ehrlich gesagt ja dann bleibt aber die spitzhack dann bleibt bloß die spitzhacken dann entschalten wir noch eine spitzhackung wenn es sein muss so dann machen wir diesen jahr erwischen zu vier anbrechen kreis touch sehr schön sehr 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 schön würde vielleicht schon fast sagen lassen es doch die hier zu erfüllen die fünf anbrechen kreis touch einfach machen oder so würde ich ja fast schon sagen weil es heute so ja wir gucken wir erst mal was jetzt so raus springen wird ansonsten würde ich noch mal kurz ein bisschen level nachfahren schnell das würden wir jetzt so kriegen ich guck noch mal spitzhacken aber spitzhacken warum hat glaube ich nicht mehr so und die noch so sagen an breaking naja axt sani wieder allein oder dass du feier protection protection das ist ja schon mal gut aus dass du am breaking das war ich weiß nicht er hat am breaking wo wahrscheinlich auch nichts gescheites oder flame oder so sehr schön würde ich mir sofort holen weil das einfach noch das ist was ein bisschen fehlt bei mir ich hole mir flemmen gar keine frage ist das ich hole mir flemmen das braucht man mir nicht 20 mal sagen das heißt wir fahren noch mal ganz kurz auf level 30 aber erstmal dann gehen wir mal ganz rückspinnen da bauen wir wahrscheinlich nächste folge oder so ich guck mal eins kurz was man so hinter so aus dem ofen kann man ja noch was rausholen weiß ich nicht könnte man wenn man will das sind schon mal fünf das ist schon mal noch ein bisschen was naja gut mehr war nicht dann ja noch mal so und so und dann wollen wir mal gucken und wollen wir noch schnell so auf 30 kommen eventuell ach was schnell gucken das geht schneller irgendwie wenn man schnell auf level 30 weil flame das ist das interessiert mich jetzt gerade mal das sieht nämlich ganz interessant aus so mal ganz kurz gucken hier krieg dich mal krieg dich mal ein fps ey naja jetzt geht langsam ok so haben wir irgendwo noch habe ich noch irgendwas übergelassen die richtung ich glaube ich an die rand oder kann das sein ja das kann sein weil so ist hier ist nämlich noch genug quats eigentlich er sei schon xp über quats waren das ist glaube ich das beste was man tun kann ich bin nur einmal ganz schnell auf level 30 kommen dann bin ich schon wieder raus aus dem nether so war ja so 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 und so und du natürlich auch und du und du auch du hast mir den weg zu level 30 gegeben okay das lassen wir mal erstmal über und haben wir einen flame boom das ist doch nicht schlecht eigentlich also ich würde es auf jeden fall zu gut einschätzen würde ich mal so sagen so würde mal sagen ich kaufte mal den mit denen zusammen aber schon mal ein etwas heileren bogen jetzt was ich mache für einen neuen einfach so und so und so oben dann gucken wir mal wahrscheinlich kriegt da jetzt nur flame oder so schlimm fände ich das nicht ist halt so wie es ist aber ein bisschen power wäre auch schon noch schön also weiß ich nicht ist halt so power 3 noch das passt ja wie geschmiert hier alter hui das passt ja richtig gut hier mit power 3 weil dann habe ich jetzt power 4 das ist nicht schlecht das finde ich so ganz sehr gut auf jeden fall auf 19 17 jetzt gucken wir mal was die kommentation der spitzhacken kostet 6 nur um zählt hat um fortune bei zu bleiben ruhig zwölf bin ich zählt auf jeden fall das ist ja eigentlich nicht wild aber um cobblestone zu farmen ja ich weiß nicht also weil du wirst du wirst du wirst dann überhaupt nicht mehr an cobblestone so kommen. Weiß ich nicht, also. Und das ist so eine Sache. Korbisdown kriegen wir da nicht mehr. Andererseits. Scheiß drauf. So, zack, zack, genau. Äh, 19, ey, für 17 ist ja klar, eigentlich. Power 4, Unbreaking 3, Infinity und Flame. Und dann habe ich noch 4 Level. Aber ich schieße jetzt so eine Feine. Das ist nice. Und mal Power 4. So, dann bräuchten wir eigentlich nur noch einmal, Power 4 und Power 5 Bogen zu machen. Ich gucke jetzt natürlich trotzdem nochmal, was wir als nächstes entscheiden könnten. Natürlich machen wir das jetzt nicht mehr, ist klar. Noch weg will ich überhaupt nicht haben. Eigentlich, also sein ist das. Also ich würde zumindest vermeiden. Ja, eigentlich nochmal eine Efficiency 4 Spitzhacke. Also ohne Fortune und alles. Einfach so. Aber das machen wir jetzt nicht mehr. Wir gucken jetzt mal noch. Hier einmal Blast Protection braucht kein Mensch. Protection wäre schön. Fire Protection braucht kein Mensch. Und Protection, naja. Das kann auch noch warten, eigentlich. Wir können ja irgendwann mal wieder so eine XP-Farm-Time jetzt machen. Okay. So. Ja, ich würde sagen. Wir haben hier jede Menge. Was war ich eigentlich? Wir bauen einfach mal. Ein bisschen die zweite Etage, oder? Ich glaube es ja wohl, da ist man jetzt nicht einfach ein Creeper gerade, oder? Okay, der Creeper stirbt doch so. Also. So. Ja. Wir könnten einerseits ein bisschen unser Haus weiterbauen. Äh, ich würde aber viel lieber ein bisschen Holz noch nachfarmen, oder? Oder wollen wir das morgen machen? Also morgen in der Folge. Weiß ich nicht. Kann ich so nicht sagen. Wir brauchen auch noch eine Treppe. Ich würde einfach mal Folgendes machen. Ähm. Ich muss mal auf. Ich guck mal, ich zähle mal ganz kurz ab, wie das ungefähr passt. Ich habe da jetzt, das habe ich nämlich gerade nicht vorgebaut. Das ist ein bisschen scheiße jetzt. Machen wir zack, 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 zack. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Das habe ich mir schon fast gedacht hier. Oh, wir machen mal die Treppe hier rein. Wir könnten auch zack, 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 zack. Und so machen. Das war so quer machen. Das wäre der Möglichkeit, das machen wir mal. Und zwar mit Sandstorm-Treppen. So. Pass mal auf. Das wäre doch vielleicht mal eine gute Idee. So. Mal mal so machen. Das reicht natürlich nicht aus, was ich gerade gekraft habe. Das war ja ein bisschen mehr Sandstorm. Wir haben ja jetzt so richtig schön viel Sandstorm durch den Berg, äh, durch die Bergabtragung da. Das merkt man schon. So. Jetzt haben wir erstmal Sandstorms, der ist auf Dom. Um mehr auch zu sein. So. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, machen wir hier noch. So, 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 so. So, so, und den natürlich auch noch. Und so würden wir dann hochkommen. So, so gesagt. Äh, ja. Hier machen wir einfach mal so. Hier machen wir dann zu. Und das machen wir so. Äh, ja. Dann würde ich so machen. Und so. Sieht das aus? Weiß ich nicht. Aber könnte eigentlich ganz gut aussehen, denke ich. Ja. Und an der Stelle fällt mir gerade ein. Da ist gerade unter Scheiße gemacht. Ja, okay. Warte, ich habe da einen ganz anderen Plan gehabt. Das muss ich ganz kurz nochmal preisen, ja. Jetzt müssen wir nochmal ein bisschen anders bauen. Warte mal. So. Und so, genau. Und zwar, wir wollen das ja so machen. Dass wir jetzt, sag ich mal, hier die Decke haben. Da eine Lücke, sag ich mal. Und dann den Boden. Also, dass das dann so ein Leerraum ist. Aufgrund der Lavaspots. Will man da ja nämlich Lava machen. Also, wieder so Lavalampen. Aber auch von der Decke, sag ich mal. Da kommt von da, nehme ich jetzt quasi auch Glas. Lava. Und da drüber wieder Glas. Dass wir so ein bisschen Doppel-Lava-Spots haben. Habe ich mir so gedacht. Wäre vielleicht eine lustige Idee. Aber dafür muss ich natürlich Platz lassen. Und deshalb müssen wir mal ein bisschen höher gehen jetzt. So. Also, sprich so. Das kann dann so bleiben erstmal. Den müssen wir mal so wegmachen. Genau, dann machen wir es so. Äh, und... Machen wir einfach so. Das sieht man auch nicht hier. Dann ist das halt einfach jetzt mal noch so ein... So eine Ecke, sag ich mal. Aber hier müsste theoretisch noch ein Lava spotten. Warte mal. Bei Ecke und so. Der müsste hier hin. Da muss ich jetzt mal ganz kurz noch einen Lava-Eimer holen. Warte mal. Äh. Hier ist kein Bett. Das Bett befindet sich hier. Mal kurz schlafen gehen. Und dann, ja. Ja. Wollen wir mal Lava ein. Und da will ich auch gleich mal aufs Thema zu sprechen kommen. Fällt mir nämlich auch noch ein. Heute, vor... Also jetzt vor zwei Stunden. Also, ich lade das Video ja 16 Uhr hoch. Mal so zur Info. Ähm. Und... Heute vor zwei Stunden. Also, wenn ich jetzt aus 16 Uhr Sicht rede jetzt, sag ich mal. Heute vor zwei Stunden ist die erste Folge Minecraft Clouds erschienen. Tatsächlich. Also, ich hab ja schon ein, zwei Mal von Clouds im Lava erzählt. Und ja. Ähm. Das ist heute erste Folge gekommen. Könnt ihr auch auf jeden Fall mal vorbeigucken. Ist ein... Denk ich mal ein nicest Projekt. Geh ich mal davon aus. Und ja. Das wollte ich einfach mal so gesagt haben. Also, für die, die es nicht gesehen haben hier. Heute ist Minecraft Clouds erste Folge erschienen. Und zwar um 14 Uhr. Es kommt jeden Tag 14 Uhr. Ja. Genau. Okay. Ich bin hier schnell da falsch. Warte mal. Boah, noch das Glas. Warte mal, das muss ich auch noch schnell holen. Äh. Ja. Mal noch irgendwo... Glas. Hier haben wir noch ein Glas. Ja, sehr schön. Das sehe ich doch mal gerne. Dann kann ich auch vielleicht auch mal ein Steck Sand oder so mal wieder in den Ofen packen. Wäre auch mal nicht schlecht. So. Und so. Und dann haben wir hier noch einen Lava-Spot. Okay. Dann passt das. Sieht auch irgendwie schräg aus hier. Ja, so die Treppe. Denk mal so, hier müsste ja jetzt was kommen, aber da kommt gar nichts. In diesem Raum hier merkt man nichts von der Treppe. Was auch toll ist, irgendwie. Aber was wir da einmachen, weiß ich noch nicht. Jo. Okay. Ähm. Ich packe jetzt mal ein Steck. Zeug rein. Diesen Sandstone. Das kann ich auch mal zumachen hier. Äh. Für ansonsten könnte man mal machen noch mal so eine Funktion, dass da nichts runterkommt. Hier mal. Dann machen wir mal. Aber das mache ich nicht mit. Setzt dann. Sondern das mache ich gleich einfach mal mit Erde. Äh. Wo haben wir? Dort. 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 Was machen wir dort? Dann sieht es noch bescheuert aus. Das mache ich mir einfach mal so ein bisschen als Schutz, dass da nichts rein kommt. So. Dann passt das. Kommt nicht rein oder auch nichts raus. Weil theoretisch kann ich jetzt gerade überhaupt so in mein Haus rein. Und das ist ja schaffe. Jo. Hm. Dann gucken wir mal. Ja. Ich glaube ich wollte ja noch einen Stack Sand da mal rein tun. In den Ofen. Ich mache mal ein Stack 1. Jo. Passt dann schon irgendwie. Und dann würde ich sagen. War es das für die Folge. Wir sehen uns dann in den nächsten Folgen wieder. Sprich morgen. Ich würde sagen. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Tschüss. Schiffff. Wir sehen unsあの